Moin moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Luigi's Mansion 3 und wir befinden uns jetzt vor Professor Ikits Labor, das er aus dem Nichts gezaubert hat. Schauen wir doch mal an, was da abgeht. Hey, willkommen in mein Labor. Bei diesem transportierbaren Labor handelt es sich um eine weitere, meine brillanten Erfindung. Robots sicher klimatisiert, was will man mehr? Ich wusste immer, dass ich es eines Tages brauchen würde. Wie gut, dass ich es mit hierher gebracht habe. Hm, du willst wissen, warum ich hier im Hotel bin? Das ist eine lange Geschichte. Hier die kurze Version. Und man hat mich hereingelegt. Ich erhielt eine Einladung von einer Person, die sich als Inhaberin dieses Hotels ausgab. Besagte Dame vergündete, dass sie eine wertvolle Sammlung von Geistern aus der ganzen Welt besitze. Natürlich könnte kein Geistesforscher, der etwas auf sich hält, einem so verlockenden Angebot widerstehen. Also nahm ich die Einladung an, doch hat sich hier eintroffen. Nun ja, es war natürlich nur eine Falle. Ich wurde in ein Bild gebannt und meine wertvolle Geistersammlung wurde konfisziert. Ah, damit sind doch all die Geister weg, die du einmal so fleißig für mich eingefangen hast. Auch König Buhu, dass ich ihn verloren habe, geht mir richtig unter die Haut. Das ist mein Lieblingsgeist. Was? König Buhu schwebt frei in diesem Gebäude herum? Diese Hotelerinhaberin, was hat sie nur angerechnet? Luigi, du bist jetzt unsere einzige Hoffnung. Auch wenn die Chancen schlecht stehen, sei nicht zimperlich und gib alles. Hol mir meine Geistern zurück. Den ersten Schritt hast du bereits getan, indem du einige Geister gefangen hast, Luigi. Es ist Zeit, mir die jetzt zu übergeben. Bitte sehr. Soweit, so gut. Dann fang fleißig weiter Geister und denk immer dran, mal im Labor vorbeizuschauen. Ich richte jetzt die Galerie ein, in der du die Geister betrachten kannst, die du bereits gefallen hast. So nett von dir. Warum guckst du so komisch, Luigi? Habe ich etwas Wichtiges vergessen? Oh, natürlich, du musst ja auch deine Freunde und deinen Bruder retten. Daran hätte ich fast überhaupt nicht mehr gedacht. Aber egal. Du musst dieses Hotel ohnehin bis in den letzten Winkel erforschen. Ob auf der Suche nach Freunden oder nach Geistern. Und dir die Arbeit zu erleichtern, gebe ich dir eine meiner bis dato großartigsten Erfindungen. Ich nenne sie Wichu Buu. Oder kurz WB. WVB. Ein innovatives Hightech-Gerät, das virtuelle Realität eine Farbe gibt. Rot. Schick, nicht wahr? Rot ist momentan der letzte Schrei. Halt's ab, bis ich mit dem Marketing-Material fertig bin. Dann wird sich VB wie warme Semmeln verkaufen. Über den VB kannst du jederzeit mit mir kommunizieren. Vielleicht können wir das ja später kurz ausprobieren. Zurücke plus, um einen Blick auf den VB zu werfen. Das zeigt unter anderem, welche Aufgabe du gerade zu lösen hast. Nicht nützlich, nicht wahr? Ach, ich habe doch etwas Wichtiges für dich. Diesen Detektor-Grafen solltest du als allererstes für mich jetzt im Aufzug anbringen. Was genau das ist, erläutere ich dir später. Jetzt gehen wir ins Lerien zum nächsten Mal. Also begib dich umgehend zum Aufzug. Ich verlasse mich auf dich, Luigi. Gut. Im Titelölscher, Mehrspieler, Akuma. In der Forschung. Gut. Es gibt auch Mehrspieler-Modus, den können wir uns später auch mal antesten. Können wir hier irgendwas machen? Wollen wir noch nicht rein, ist ja noch zu. Dann brauchen wir noch irgendwas anderes bestimmt. Da oben haben wir jetzt eine Karte, das ist natürlich sehr praktisch. Wollen wir auf Plus drücken. Dann sehen wir die Tiefgarage. Okay, zeigt uns an. Schön rot, was wirklich echt hässlich ist. Aber naja, das Ganze erinnert mich ein bisschen an eine Rachel Boy. Kennt ihr euch daran hören? An das Loser-Ding, was Nintendo mal gebaut hat? Kein Mensch haben wollte, sagen wir mal so. Die Steuerung ist wirklich ein bisschen, sagen wir mal so, die Steuerung ist nicht so innovativ. So, haben wir jetzt noch ein paar mehr Knöpfe bekommen eigentlich. Können wir einsetzen direkt? Ah, guck mal. Erstmal den Detektographen. Einsetzen. Guter. Hallo Luigi. Die Installation ist offensichtlich geglückt. Dann erkläre ich dir nun, was der Apparat kann. Nun, er speckert welche Etagen der Aufzug erreichen kann und samt auch Daten über sie. Die extrahierten Daten werden dann auf dem Monitor angezeigt. Ist das nicht genial? Hm, nimm doch mal die Aufzugsknöpfe, die du ergattert hast und setz sie ins Paneel ein. Oh, dann geht man magisch rein. Das ist natürlich cool, ne? Ist alles normal nicht funktioniert? Geisterhand, wir vom Geisterhand. Und schon kannst du die Karte einer neuen Etage aufrufen. Ich habe noch eine Überraschung, Luigi. Das Gerät ist mit dem VB vernetzt. Die Kartendaten werden immer gleich in die VB übertragen, sodass du die Karten jederzeit überall ansehen kannst. Wenn du die Karte eine Etage im VB-Menü ausöffnest, werden mir Details angeklärt. Vergiss das nicht, ja? Die Karte ist wichtig, Luigi. Für das Erforschen unbekannter Etagen ist sie geradezu unerlässlich. Bei deiner Erkundung des Hotels sollte sie stets zu deinen Prioritäten gehören, Aufzugsknöpfe zu ergattern. Du kannst nur mit Hilfe dieser Knöpfe noch unerforschte Etagen erreichen. Und vielleicht findest du dort auch deine Begleiter. Noch eine Sache, bevor du losgehst, Luigi. Wir sollten noch die Kommunikation über das VB ausprobieren. Zudem mit Hilfe von VB, den VB und wähle mit Igit sprechen. Komm, wir spielen. Testtest 12123, hier spricht Igit, das größte Genie hier vor Ort. Bin ich laut und deutlich zu verstehen? Fantastisch. Die Kommunikation mit dem VB funktioniert einwandfrei. Du kannst mich mit dem Gerät also jederzeit kontaktieren. Im Ernstfall funktioniert alles wie bei unserem Testgeraden, Luigi. Nutze das ruhig, in meinen schwierigen Situation weiß ich nur wirklich Rat. Ach, und noch was. Mit Hilfe des VB kannst du auch das Protokoll deiner Arbeit aufrufen. Wenn du mich kontaktierst, werde ich dir diese Option anbieten. So weit, so gut. Das Testen meiner Erfindung macht ja Spaß, aber es gibt noch viel Arbeit. Los an die Arbeit. Du kannst ja jetzt mit dem Aufzug auf E5 fahren, nicht wahr? Auf der Etage war mein Zimmer. Und in diesem Zimmer ist mein Koffer. Den musst du unbedingt besorgen, Luigi. Meine Zimmernummer war verflixt. Welche Zimmer hatte ich nochmal? Egal. Du hast eine Karte, also nachforschen hilft. Viel Glück, Luigi. Komm, du bin nicht zurück. Gut. Gut, dann fahren wir auf 5. VIP-Zimmer. Ja. Was machen wir eigentlich? Lange der Faschel, ne? Ist so cool animiert, Luigi. Wo macht Pixar denn einen Film von denen, ne? So witzig. Oh, oh. Hello. Ah, Luigi. Mir ist gerade etwas Wichtiges eingefallen, was ich zuvor unerwähnt ließ. Dein Schreckweg-Flu hat eine neue Funktion mit dem passenden Namen Saugschuss. Damit kannst du so manche Geiste effektiver bekämpfen. Rögt der Öpfel mal eine Gummi-Saugglocke abzufeuern, die auf Ebenen und glatten Flächen haftet. Wenn du mit dem Schreckweg-Flu an dem Seil saugst und dann A drückst, kannst du erst an Objekten zerren und sie dann zerschmettern. Fang aber erstens leicht damit an, Saugglocken zu verschießen. Übung macht der Meister. Ach, und vergiss nicht. Mal den Koffer, Luigi. Das und dann? Ach so, was ist denn so? Okay. Müll. Okay, hier können wir auch die Saug- die Saugglocken-Ding mal putzen, die da? Ah, okay. Ah, so geht's also, okay. Ist wirklich praktisch. Hier können wir auch eine Saugglocken-Ding mal schießen, können wir das auch wegziehen? Okay, es geht wahrscheinlich nicht mit allen, weil wir müssen wahrscheinlich ein bisschen Kraft aufbringen. Das haben wir noch nicht genug. Wir kriegen ja eine stärkere Version davon nochmal. Und jetzt runter. Ah, guck mal hier. Die Leben gibt es ja auch noch kurz für mich. So, da drüben. Machen wir jetzt mal. Ja. Ja. Ja da. Na, okay. Ja. Ja. Gehen wir hier hoch? Hier. Oh man, man. Wir müssen ja eh jede Tür durchforcen. Durchforcen wir erstmal die. Musst wir sein Zimmer finden. Sieht aus wie ein Musiker, der hier wohnt. Okay. Nichts. Rohrstaub. Wollen wir zum Badezimmer? Ja, hier ist nichts. Das ist das falsche Zimmer, würde ich sagen. Gehen wir ins nächste. Hallo. Hallo. Ah. Ah, du blöde Ratte. Das wird auch nicht sein Zimmer sein. Das ist ja kein auffälliger Koffer. Oh, hier können wir mal ins Badezimmer gehen. Oh, oh nein. Oh oh, oh oh. Aber wo ist das denn? Was ist das denn? Er ist da nicht. Raus! Oh 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 oh. Irgendwo? Oh? Oh! Ohhhh Wann kann ich ja schießen? Wo ist das denn? Warte mal, dann schießen wir mal das Ding hier direkt in diesen Ding hier rein Irgendwie hab ich gewusst, dass das passiert Ähm Hier ist noch ein Loch an der Wand, sollen wir mal reingucken? Aha Ich weiß schon mal, dass der in einem Badezimmer ist Können wir raus sagen? Vielleicht mal reinblitzen Aber wir wissen, dass da ja jemand drin ist Und gehen wir hier mal rein Hallo Natürlich einfacher, wenn man jetzt mit dem Ding machen würde Ja Ich würde ja gerne Hör auf, ich geh zu meinem Zimmer und schnapp dir den Koffer Hier machen wir doch euch Habt ihr euch ja nicht für euch? Durchforst du nur alles hier? Ich finde es wichtig Ohhhh Oh Mann ey Die Golfbälle hier Gehen wir mal raus Ob wir das falsche Zimmer? Ohhhh Ok, das war klasse Ich zieh Oh 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 Hi Oh Ja, danke, dann gucken wir in diesem Zimmer, hier bin ich gerade noch hier, da hinten nach der Tür, da ist das Bett, ok, äh, richtig schönere wird ist ja noch nicht, ne, dann gehen wir hier rein, oh, da siehste, so, gut, das ist jetzt gemacht, hier ist es auch nicht, hier könnte es jetzt sein, den Zimmer, oh, da, oh, 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 oh und ich bin Das zeigt mir ein Geheimfach an, ne doch nicht, das ist kein Geheimdicke von mir hier rausgegeben, ok, was der einzige der Balkon hat, auch nicht schlecht. Ok, können wir nicht so viel machen, gehen wir rein, muss doch ausprobieren, was hier unter der Matratze ist, ne? Oh, ihr geht. Hey Lucci, entschuldige, die Frage, aber ich war gerade kurz nicht an meinem Platz, hast du meinen Koffer? War es ein Geistesdienstmädchen, hat es mir klaut? Ist ja wohl die Höhe, eine absolut akzeptable Situation. Steh nicht so umtätig herum, nehm die Folgen auf. Ja, mach ich ja. Ok, pass auf, da müssen wir her. Warte, hier geht es auch noch mal. Wir gehen mal kurz hier rein. Wir müssen alle Räume durchforschen, deswegen gehen wir auch noch mal ins Bad. Oh, mertla. das war cool alle drei auf einmal um die hüfte so müssen die tante finden kann die sein Ob sie hier drin ist? Oh warte, ich hab die weh Oh man, der nervt auch ein bisschen der Doktor Igitt Eine Kleinigkeit am Rande, die sich zu wissen lohnt, Luigi Bei jedem Durchschreiten an der Tür wird dein Fortschritt automatisch gespeichert Das ist eine Einschränkung, wenn du zu schnell zur nächsten Tür eilst, funktioniert das vielleicht nicht Zehn Sekunden sollten zwischen zwei Türen liegen In der Geduld liegt die Kraft, da sagt man zurecht Bleib schön fleißig, so wie bisher Ja super, gut zu wissen So ist es hier rein und zwischen hier in diesem Zimmer jetzt drin Oh, oh, oh Oh, oh, oh 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 Um wo ist er? Nein! Nein! Was ist das? Ja! Meine Augen! Oh nein! Oh jetzt! Mann, Mann, Mann! Yes! Aber wir müssen die dicke Frau finden! So, der Zimmer, aber die muss ja irgendwo hier rumeiern. Wir sind wahrscheinlich im nächsten noch ins nächste Zollwege gerannt. Hier drin vielleicht? Was ist der Koffer? Ich sauge sie ein. Das ist so lustig gemacht, wie sie sich wehren. So, Leben haben wir. Und dieser Koffer. Noch einen Knopf, cool, für die dritte Etage. Hey, jetzt hast du meinen Koffer und noch dazu einen Wattrausenknopf. Sehr gut Luigi, dann komm zurück zum Labor. Super. Gut. Warten wir zum Labor. Fahrschul war hier, ne? Oh, ja. Ha, ha, ha. Ja. Mhm. Mhm. Sehr gut. Sehr gut. Oh, yeah. Gut, du kannst auch jetzt rein bereiten. Aber bevor du schon begebst, bring mir den Koffer, ich brauche ihn dringend. So, dann fahren wir mal runter. Hoffentlich dauert es nicht zu lange, wieder runter zu fahren. Richtig, können sie doch hier irgendwas machen, dass man hier irgendwie, irgendwas passiert, so ne? Schnell zum Doktor, Professor, der Luigi kann auch laufen zwischendurch, ne? Ach, da bist du ja wieder, Luigi. Mein Koffer, aber Dalli. Ja, los. Aha. Mhm. Hä, 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 endlich habe ich, was ich gebraucht habe. Jetzt ist es an der Zeit, meine neue Wunderwaffe in Kampf einsetzen. Ich setze mir zu alt, um auf Geisterjagd zu gehen, deshalb habe ich mir einen Helfer erschaffen, der die Aufgaben für mich übernehmen kann. Oh. Hier ist die neue Erfindung, die Professor Elgit, Luigi. Oh, Luigi? Die Entwicklung war eine riesige Herausforderung, zum Glück ist mir aber ein gewisser jemand beim Testen, der Polish war eine große Hilfe. Hm. Wozu meine Erfindung gut sein soll, das werde ich dir gleich erläutern. Ab zunächst dreh dich mal um, Luigi, damit ich deinen Schreck weg, Floo, mit diesem Glibber alias Floo überfüllen kann. Gut, damit sind wir startklar. Komm, Luigi, Zeit für eine kurze Einführung. Dazu müssen wir hier raus. Okay, bin gespannt. Man weiß ja schon, dass es einen Luigi als Luigi gibt, aber ist nicht spannend. Ich habe mal kurz hier eine kleine Apparatur aufgebaut. Luigi. Jetzt bist du mein Gefangener, Luigi. Nun kriege ich dich wieder ein. Das ist nur ein kleiner Spaß. Andererseits lasse ich dich auch nicht einfach so wieder aus dem Käfig. Warum? Ganz einfach. Ich möchte, dass du etwas lernst. Und zwar, wie du dich mit Hilfe von Luigi aus dem Gefängnis befreien kannst. Aktiviere Luigi durch R. Zweimaliges R holt Luigi in den Schreckweg zurück. Ich präsentiere deinen eigenen Präsenz, denn hier ist Luigi. Luigi kann sich durch enge Lücken quetschen. Zum Beispiel hier durch die Gitterstäbe. Es ist wirklich erstaunlich, was mit seinem weichen, verformbaren Körper alles möglich ist. Na los, probier es mal aus. Na bitte, er bewegt sich quasi genauso wie du. Insofern wirst du ihn auch auf Anhiebprobleme steuern können. Ach noch was, wenn Luigi aktiviert, es wechselt, die Kontrolle durch einmaliges R auf dich und durch erneutert R auf Luigi. Ah, da kommen natürlich ganz coole Rätsel raus. Hä? Wasser verträgt Luigi in keiner Weise, Luigi. Bei Rüben verschmilzt er und verschwindet. Wenn er irgendwo nass ist, musst du etwas vorsichtiger sein. Ah, okay. So, probier mal. Mal aus rumlaufen. Ah, ich bin da reingelaufen ins Wasser. Wie dumm war das denn? Nochmal. So. Süß. Flumelchi. Hä? Wieso geht das nicht? Ist das gleiche wie ich? Wieso komme ich mir da nicht ran? Ich stehe gerade nicht. Damit Luigi rausgehen. Du darfst kein Wasser abbekommen, okay. Das habe ich verstanden. Okay, machen wir es so. Ach, da ist Wasser. Das sehe ich. Das darf das für Schatten. Das ist aber Wasser. Okay. Wieso? Jabo, jabo. Hey, gut gemacht, Luigi. Jetzt kann ich dich guten Gewissen mit Luigi mit deinen Mönchern schicken. Dein Training ist womit vorerst abgeschlossen. Lass uns in den Labor zurückgehen. Gut gemacht, Luigi. Ich bin beeindruckt. Und da fällt mir auch noch etwas ein, was ich dir erzählen wollte. Die Sensoren des Labors haben die Präsenz eines geheimnisvollen Gebäudes aufgespürt. Das handelt sich um ein unnötigen Hochhaus, das sich ganz in der Nähe des Hotels befindet. Luigi, du willst dich ja schnell so wie deine Leiter wiederfinden. Aber dieses Hochhaus ist super abwechslungsreich. Aber nicht nur das. Verbot, ich treibe dich auch dort Geister rum. Somit könntest du an deinen Fähigkeiten fallen. Und der Wissenschaft dienen. Ich habe ermöglicht, dass du vom Labor aus dieses Hochhaus aufsuchen kannst. Wähle mehr Spieler und dann die Option Werwartturm. Viel Spaß. Moment noch. Wenn du dich etwas einsam fühlst und nicht mit anderen Spielern organisieren möchtest, hol mal den Polterpack aus. In dem Modus können bis zu acht Spieler gegeneinander antreten. Ein Riesenspaß. Wo waren wir stehen? Ach so, ja. Du kannst jetzt eine weitere Etage erreichen. Geh zum Aufzug und suche E3 auf. Gut. Ja, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.